Oh Gott, wir werden alle sterben! Hallo zur zweiten Folge meines Let's Plays zu Dark Souls 3. Wenn ihr die erste Folge nicht gesehen habt, hier nochmal ganz kurz die Erklärung, mache ich aber nicht jedes Mal. Ich starte mitten im Spiel, habe die letzte Folge mit so einem allgemeinen Rundgang durch die bisherigen vier Gebiete verbracht, ein bisschen was zu Dark Souls an sich erklärt und jetzt geht's los. Ich spiele quasi neu, wobei ich bin da oben auch schon mal kurz gewesen, aber wirklich nur reingeschnuppert. Da kommt dann bis zu so einem Friedhof war ich, genau, und dann habe ich Mufi Sausen bekommen. Also ab jetzt seht der Jörg Langer, wie er wirklich spielt, nämlich angstvoll, zittrig und wie geschult auf das Spiel schiebend. Okay. Aha! Ja. Okay. Okay. Also, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Moment. Also, hier ballern einige. Gut. Dann sollte ich vielleicht mal meinen Bogen zücken. Oh Gott, ich habe es echt wieder halb verlernt. Ne, das ist eine Pflanze. Hier, der hat mich gerade beschossen. So. Jetzt selbst zur Seite gehen, um ihm auszuweichen. Der trifft mich jetzt, aber ich ihn auch. Erster Gegner besiegt. Da gibt es nochmal einen. Das ist ein Hundi, den logge ich jetzt auch mit meinem Bogenschuss an. Und übrigens, was wirklich nett ist, man kann mit zwei Pfeilsorten gleichzeitig operieren. Und je nachdem, ob man den linken oder den rechten, den oberen oder unteren rechten Trigger drückt, vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf das Hundi aufpassen beim Reden, kann man dann die quasi abwechselnd feuern. Das ist wirklich höchst praktisch. Und ich benutze natürlich nach Möglichkeit immer die Billigpfeile. So. Ah, da ist schon wieder einer. Ne, noch ein Hund. So. Und oft kann man auch zwei Treffer setzen, weil die dann erstmal gucken. Hä, was? Wie? Warum der mich jetzt getroffen hat, verstehe ich nicht. Vielleicht hat eigentlich den Schild gezückt. Ach, schaut mal, hier steht noch so einer. Und wenn der mal gleichzeitig mit seinen Kumpanen angegriffen hätte, wäre das ja durchaus nicht unpeinig gewesen. Hey. Aber so ist nichts passiert. So. Ah, da ist noch einer mit Armbrust. So. Weichen wir aus. Und da rechts steht auch noch einer. Seht ihr das? Hier. Klar, da würde es der Benjamin wäre zum Beispiel schon längst einfach durchgerannt und hätte die einfach so gekillt. Aber ich bin der langsame, methodische, behutsame und versuche meine mangelnden Fähigkeiten am Gamepad eben durch ein wenig ruhigeres Vorgehen auszugleichen. So, ich glaube rechts konnte ich auch noch was einsammeln. Das ist nicht schlecht, große Seele eines unbekannten Reisenden. Ich glaube, das bringt mir 810 oder 400, also relativ viel. Wobei der Wert der Seelen natürlich abnehmen. Darum können Sie mir auch noch nach zig Spielstunden die Seelenwerte von ganz am Anfang für Miesgegner geben, weil man halt immer mehr Seelen braucht, um Dinge zu verzaubern oder sich selbst im Level zu steigern. So, hier war ich auch noch. Aber die Erinnerung wird schwächer. Ah, da hinten steht einer. Sehr, sehr beeindruckend. Wenn ich nicht so versagt hätte vom Timing her, wäre es dabei geblieben. Genau, und hier habe ich noch aufgemacht und da war dann das Ende, oder? Ja, ja, genau. Also, ab hier ist Neuland, liebe Freunde. Und ihr erlebt den echten Jörg Langer. Hier war bestimmt einer dabei, der mutiert, oder? Wenn ich noch wüsste, welcher das war. Weil, wenn der erst mal mutiert, das ist mutiert, Herr Langer. Werden Sie mal deutsch. Ähm, dann wird's... Ne, das ist... Ich hab ihn gestorben! Gleich mal gestorben. Wahnsinn. Hm, schlecht. Was wollte ich sagen, wenn einer von den Buben mutiert, dann wird er wirklich riesengroß und ist auf einmal gar nicht mehr so leicht zu besiegen. Aber die hier haben sich nur entflammt. So, genau. Und jetzt kann ich zum ersten Mal in Folge 2 auch demonstrieren, wie das System funktioniert für alle, die das noch nicht kennen. Wenn man stirbt, ist es eigentlich nicht schlimm. Nur, ich hab jetzt meine Seelen verloren. Da waren ja 6000 irgendwas gestanden, also unten rechts. Und jetzt sollte ich nicht nochmal sterben, sonst sind die endgültig weg. Wenn ich hingegen mich jetzt vorsichtig vorarbeite, also nicht so wie gerade, sondern vorsichtig, und wieder an die Stelle komme mit diesen betenden Irren, jetzt hab ich doch tatsächlich daneben geschossen, dann kann ich die einfach wieder, ja, super, Jörg, einfach wieder einsammeln. Na, da trifft er mich nicht. Also, das ist auch so ein Punkt, jetzt trifft er mich, aber wenn ich so ein bisschen daneben stehe, kann es sein, dass er jetzt nicht trifft, genau, während ich ihn immer noch treffen kann. Und da kommt jetzt die KI auch nicht unbedingt auf die Idee, mal einen Schritt nach rechts zu machen. Na ja gut, ich treffe aber auch nicht. Jetzt. Jetzt hätte ich eigentlich treffen müssen, Kameraden. Also, das hier ist auch eher ein Bug gerade. Also, zumindest stimmt da das, was ich sehe, und das, was geschieht, nicht überein. Ja, jetzt geht's. Und, also, wenn ich da jetzt nochmal hinkomme, und die Seelen aufsammle, dann habe ich nichts verloren, sondern im Prinzip auch noch durch den erneuten Weg, durch die wiedergleichen Gegner, ja, das ist keine gute Idee, in den Nahkampf mit dem Bogen zu gehen. Aber wenn ich dann versage, dann werdet ihr Wutgeheul und Gezeter von mir hören, weil dann habe ich tatsächlich meine Seelen verschwendet. Ja, ich irgendwie, also, gebt mir mal, gebt mir mal zwei, drei Folgen, um wieder in die Timings reinzukommen, weil eigentlich muss man sich von denen nicht treffen lassen. Und was ich auch vergessen habe, wenn er schon im Schuss ist, dann bewegt er sich nicht mehr. Ja, also, naja, muss ich den halt jetzt mal schlucken. Er hat nicht getroffen, peinlicherweise, für ihn. So. Alles nicht so berühmt, aber das wird wieder besser, glaube ich. Ah, da ist wieder so ein Hundi. Und eigentlich auch da, da muss man dann nicht stehenbleiben, sondern nachsetzen einmal. Und dann klappt das auch besser. Da oben ist wieder einer. Ja, komm, jetzt machen wir es mal im heldenhaften Nachkampf. Ah, das sind so viele, gehen wir doch wieder zu. Ich will die jetzt eigentlich pullen, aber die lassen sich gar nicht pullen. Doch, er wird jetzt gepullt. Er sucht sie jetzt einen Weg. Die Wegfindung ist ganz ordentlich eigentlich. Seht ihr hier? So, und jetzt eben nicht stehenbleiben, sondern nachsetzen. Und dann ist er runtergefallen. Dann ging das nicht mit dem zweiten Schlag. So. Aber dann mache ich den Rest mal im Nahkampf. Vielleicht denke ich auch irgendwann dran. Na, es sind ganz schön viele Hundis. Und jetzt seht ihr hier das Problem. Einerseits Hundi und andererseits noch der Wahnsinnige mit dem Armbrustfernkampf. Und das kann dann schon, auch gerade auf die Nähe, gar nicht so unpeinlich werden. Klar, ich kann auch einfach mal ein bisschen beweglicher spielen, aber die Hunde sind schon sehr schnell. So, jetzt was ich sagen wollte, gerade nachfassen, nochmal schlagen, dann sind die dort. Ja, aber brauche ich hier einiges an Estus-Flakons schon. Ja, hier wissen wir ja, was passiert. Der wird sich jetzt gleich entzünden und auf mich zugerannt kommen. So. Dann rolle ich mich mal durch ihn, was normalerweise klappt. Aber kann auch sein, also der Explodieren von alleine, aber es kann auch sein, dass es bei Feuer einfach Kontakt ist. Das wird es wohl sein. Dann bringt mir wohl mein Durchspeeden nichts. So, und jetzt die erste Seelenrückeroberung. Da oben liegen meine Seelen. Und jetzt ist halt die taktische Frage, laufe ich erst zu meinen Seelen, riskiere, dass ich sterbe, obwohl ich die gar nicht angreife, die Typen, aber wenigstens habe ich meine Seelen wieder, dann muss ich aber wieder hin. Oder hole ich sie mir einzeln, was oft klappt, und gehe dann eher ungefährdet zu meinen Seelen. Seelen. Dann machen wir doch mal das Pullen. Kann auch sein, dass es irgendwie so eine Gruppe ist, die dann komplett getriggert wird. Das weiß ich schlichtweg nicht. Wie gesagt, hier ist Neuland. Und guckt hier, der Einzelne ist gar nicht schwierig. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Steht hier dumm in der Wintersonne rum und macht nichts, kommt es auf mich zugerannt und explodiert. Sehr beeindruckender Effekt, aber nicht so effektiv. Also insoweit war hier, ich hoffe, da ist nichts drin, was rausgerannt kommen kann. Also insoweit war das hier jetzt glaube ich wirklich die bessere Lösung. Und ihr seht auch, gerade haben die Typen mich fertig gemacht, allerdings glaube ich, weil ich nicht aufgepasst habe. Und dieses Mal sind sie wirklich hier mit einem Bogen Piece of Cake. Man kann übrigens bis zum Schuss noch nachjustieren, was recht praktisch ist. Ja, das ist wahrscheinlich der Halbwegsstärke hier. Ja gut, dann machen wir ihn halt so fertig. Ja, nee, nee, nicht schon wieder dein Feuertrank, das nervt. Es war ein Schlag zu viel, ihr habt es gemerkt. Aber better safe than sorry. Jetzt habe ich meine Seelen zurückgeholt und ihr seht, auf einen Schlag 10.903. Das heißt, ich könnte mich jetzt sogar steigern. Lass in den nächsten Level gehen. So, was ist hier? Da ist nichts. Es lohnt sich auch immer zu erkunden. Guck mal hier zum Beispiel, geht es irgendwo hin? Könnte ich mich runterfallen lassen? Keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Ich gehe mal lieber da den Berg hoch. Ja, wie leicht es ruckeln, aber ich hoffe, es ist für euch erträglich. So, was ist hier? Ah, okay, das ist hier mal. Gut, dass ich nicht gleich reingerannt bin. Auch immer mal nach hinten schauen, ob nicht das Spiel einem jemanden in den Rücken teleportiert. der springt dann irgendwo runter, aber letzten Endes ist es ein Doom 3 Teleport spielmechanisch dann. Ja, das scheint mir jetzt eher nicht zu... Ah, der übergibt sich. sieht es eher ungesund aus, wenn er mich fragt. Wahrscheinlich vergiftet mich das, wenn ich reinlaufe, aber warum soll ich da reinlaufen? Also das sind ja jetzt eher Waffenschattig-Macher, als dass die irgendwie mich beeindrucken. Eindro... Naja, das seht ihr, ein bisschen Schaden machen sie schon auch. Also ich brauche, trotzdem ich da eine relativ starke physische Waffe habe, brauche ich doch einige, also was heißt, einige Einschlag, um sie wirklich zu plätten. Da unten, das ist kein Leuchtfeuer, oder? Ne. Ich habe so das Gefühl, dass das gar nicht weniger werden. Ja, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier kurz mal vom Timing her nicht richtig reagiert und gleich... Ich fange da an zu kotzen. Und gleich kriege ich so ein bisschen Schaden, wenn dann schon der Nächste auch wieder hinter mir... Seht ihr? Ja, ja. Das ist so ein Blut- und ein Vergiftungsschaden, logischerweise. Also irgendwie werden das nicht weniger. Darum gehe ich jetzt auf... Ja, und hier komme ich nicht durch. Darum, was macht man hier? Könne ich jetzt eine Feuerbombe werfen oder mich einfach so ein bisschen schneller durchschnetzeln? Aber jedenfalls, wenn ich hier ewig stehen bleibe, dann glaube ich, werde ich morgen noch dastehen. Allerdings, das bringt auch Seelen, gell? Jetzt nehmen wir aber erstmal die Vergiftung zurück, weil wenn die zu sehr steigt, ist das auch nicht gut. Genau, wie setze ich Gegenstände ein? Was habe ich denn hier auf meine... Och, das ist ja eklig, wenn man hinschaut. Was habe ich denn hier noch so... Ja, und auch die Geräusche. Übrigens, das Spiel läuft weiter, während ich hier drin hocke. Siegbräu. Das hier war doch eine Brandbombe, genau. Ach, die kommen hier tatsächlich rausgelaufen. Hä, warum bin ich jetzt... Das verstehe ich nicht. Warum nimmt denn die Vergiftung weiter zu? Was ist denn das? Oder ist das verflucht? Dann sterbe ich jetzt. Ne, Blutverlust. Hä? Okay. Bislang bin ich es gewöhnt, dass es von alleine wieder aufhört, aber irgendwie scheinen die mich... Wahrscheinlich durch die... Ja, Entschuldigung, Kotze. Scheinen die mich doch, jetzt gehen wir in den Status rein, stärker getroffen zu haben. Ja, jetzt habt ihr es gerade gesehen, jetzt hat mich die Kotze verlassen, sozusagen. Und jetzt geht der Blutverlust zurück. So, jetzt mache ich mal einen starken Schlag. Und auch damit habe ich ihn nicht auf einen erwischt. Ich hätte aber auch hinter ihn treten können und so einen Stealth-Angriff machen. So, jetzt riskiere ich mal was, was ich eigentlich ungern mache, weil mir das hier zu blöd ist. Versuche mal, ob ich nicht einfach durchrennen kann durch dieses Gebiet. Das Dumme ist, wenn dann irgendwo ein starker Gegner die Verfolgung aufnimmt, wird es leicht peinlich, weil das sind doch einige hier. Aber so geht das ja nicht hier. Wenn ich mich hier allerdings fest trenne, dann wird es... Ah, super, Herr Langer. Dann wird es peinlich. So, hier ist ein neues Gebiet. Hoffen wir mal, dass mir nicht allzu viele folgen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also gehen wir gerade mal weiter. Endet das hier auch irgendwann mal? Ihr seht gerade, Problem, ich habe keine Stamina mehr. Darum tue ich mich hier gerade so ein bisschen schwer. Ja, wohin? Ah, da ist was Neues. Oh, oh, der sieht anders aus. Da, da warten wir mal kurz. Der sieht ungut aus. Seht ihr diesen hinteren da? Der scheint mir so leicht, äh, habe ich nicht gewartet. Ich kann übrigens auch mit dem Schild bashen und solche Geschichten. Aber, also ganz ehrlich, so der Standard 1-2-Angriff. Super. Ist meistens am effektivsten. Gut. Jetzt gehe ich mal hier hin, in der Hoffnung, dass ich den noch nicht triggere, den der da die Treppe hochläuft. und dass ich hier auch in Ruhe gelassen werde. Die scheinen nämlich nur hochzukommen aus der Erde, wenn ich direkt neben ihnen stehe. Und dann gucken wir mal. Ne, den meine ich nicht. Das sind ganz normale. Ich meine den, der da die Treppe hochschleicht. Der scheint mir irgendwie nicht ungefährlich zu sein. Jetzt hoffe ich mal, dass irgendwann diese Blutung nachlässt. Dankeschön. Nichtsdestotrotz könnte das ja ein normal zu killender sein. So, und jetzt gehen wir mal wieder zurück und schauen uns das mal in aller Ruhe an, während unsere Blutung nachlässt. Ja, naja, da kommen schon wieder neue. Okay, dann muss ich mich dem Fritzen wohl stellen. Man kann auch zutreten, aber das klappt bei mir irgendwie nicht. so gut. Ehrlich gesagt, das finde ich jetzt eine nervige Stelle mit den dauernd nachwachsenden. Aber schaut mal hier, schöne Aussicht, oder? Das müsste jetzt nicht sein. So, jetzt werfe ich mal ein Estusflakon ein. Das peinliche ist, wenn ich hier sterbe, wird es dann schon etwas aufwendiger, die Seelen zurückzuholen. Jetzt schaut mal ihn hier. Das sieht doch nicht gut aus, oder? Da ging doch einer vorhin auch die Treppe hoch. Wenn sie die Treppe hochkommen, gehen sie doch meistens auch mal wieder die Treppe runter. Das finde ich gerade so ein bisschen O-Arc nehmen. Ach, schaut mal, er hier. Was macht er denn da? Ach, er springt jetzt hier runter. Na, komm her. Hoffen wir mal, dass die wenigstens unique sind, was immer sie jetzt machen werden. Warten wir mal ab und begrüßen sie mit einem kleinen Abwehrmanöver. Ja, er ist so schlagen. Das ist nicht so schwierig. Aber wegen mir, es wächst schon wieder die Blutung. Wegen mir müssten jetzt auch nicht ständig kommen, diese etwas Größeren. Zumindest sind es keine absoluten Killer. Ich schätze mal, dass da oben vielleicht ein Leuchtfeuer ist. Er sieht auch nicht gut aus. Hier eher mit dem Rock Rest. Und da, was ist da? Hier könnte ich ein paar einfach von oben abballern, denke ich. Machen wir mal. Na, das ist etwas schwierig perspektivisch. Könnte aber klappen. Ne, da haue ich dagegen. Ja, das gibt es häufiger. Ja, das ist nur der Blutverlust. Jetzt könnte ich natürlich meine Rüstung optimieren. Gucken, dass ich eine mit Anti-Blut finde. Mit Anti-Blutung. Wenn mir das mitten im Kampf passiert, bleiben wir doch mal noch kurz hier. Ja, da ist schon wieder was. So, aber ihr seht, wenn ich einfach ein Schild hochhalte, block ich doch sehr viel von dem Angriff. Eigentlich fast alles, oder? Die schlechte Nachricht ist, dass der mich jetzt wieder voll gesabbert hat. Das ist echt ein bisschen lästig. Wie gesagt, diesem Rockträger, da sagt mir irgendwas, dass der stärker reinschlägt als normalen Fritzen. Und ich möchte hier nicht sterben, weil ich habe einen Stufenaufstieg. Das wäre für mich so der Moment, und was heißt wäre, wo ich eher den Rückweg antrete, aber ohne Risiko, kein Spaß. Der Träger da ist nach rechts gelaufen. Ich kriege gleich noch mal einen Blutungsverlust. Und ich laufe jetzt nach links hoch, weil ich da nichts bislang gesehen habe. Ich drehe mich jetzt um. Und da ist er auch schon. Seht ihr? Habe ich doch richtig geraten. So, jetzt habe ich keine Stamina mehr. Oh je. Weg, 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 weg. So, das kann nämlich peinlich enden, so was, wenn man da jetzt in so eine Angriffswelle reinkommt. Aber ich habe ihn geschlagen. Und zu meinem Leidwesen sehe ich hier kein Leuchtfeuer, was ich eigentlich so ein bisschen gehofft hatte. Teilweise sind die Leuchtfeuer sehr nah beieinander. Rotes Käferkügelchen. Und teilweise, der sieht auch nicht so ganz gesund aus. Also für mich gesund. Gesund sehen die alle nicht aus. Gucken wir mal hier weiter. Türen sind auch immer so. Ach, Türen. Türen macht man eigentlich gar nicht so gerne auf. Schaut mal hier, so ein kleines, mini verstecktes Extra. Übrigens, unter der Achse so einen kleinen, schmalen, roten, balken, rostige Münze. da kann ich irgendwie, was war es nochmal, meinen Finderglück etwas erhöhen, temporär. Bei Türen, ach, da ist oft was Dickeres dahinter. So, jetzt schauen wir mal auf ihn hier. Da sind zwei. Da setzen wir mal den Bogen ein. und versuchen, den vorderen zu pullen. Ohne, dass der andere Gegner mitläuft. So, ein bisschen braucht er noch. Und dann, also, weicht gar nicht aus. Naja, jetzt wollte ich ausweichen. So. Das ist alles hier noch im Bereich der Fehlbedienung. Aus mangelnder Übung. Achso, ich werde jedes Mal, ja, ja, jetzt komme ich erst mit. Ich werde jedes Mal quasi zurückgeworfen. Darum dachte ich, ich schieße noch und dabei musste ich wieder neu anfangen. Äh, okay, ich dachte, ich hätte dich besiegt oder bist du respawned? Hallo? Jetzt auch mal halblang hier. Jetzt. Der war einfach noch mit einem Mini-Lebenspunkt am Leben. So, gibt es hier weitere Überraschungen? Der sieht böse aus irgendwie. Ah, schaut mal hier. Ne, da ist keiner, oder? Könnte auch einer sein, der aufsteht, werden wir gleich wissen. Was macht denn der für? Ah, seht ihr, das ist auch wieder so ein, ja, das ist so eine Geschichte. Musste, musste das jetzt sein, dass da einer her teleportiert? Ich sage nein. Darum gehe ich mal den taktischen Rückzug machen und erwarte sie hier an der Stelle, wo sie mich zumindest nicht zu dritt gleichzeitig erwischen können. weil das ist auch so ein Prinzip bei Dark Souls, wenn man, wo ist denn der dritte hin? Wenn man von mehreren Seiten angegriffen wird, das ist ja überhaupt kein Gegner hier, das ist ja enttäuschend, da habe ich mir so Sorgen gemacht, wenn man von mehreren Seiten angegriffen wird, das ist meistens der Anfang vom Ende, aber einer ist noch abgängig, hat der sich verlaufen oder was ist mit dem passiert? Es waren noch drei, ich kann noch bis drei zählen, oder ist der so, vielleicht war es so ein Explodierender? Manchmal fallen sie auch irgendwo runter, besonders lustig bei Bossgegnern. Ah, komm, gehen wir mal hin, ob man sie aufmachen kann. Ja, nee, lass mal. Und ich hoffe ja immer noch auf das Leuchtfeuer, weil da fühlt man sich dann gleich sehr viel wohler, wenn man in einem Gebiet quasi so eine feste Heimat hat und weiß, hier kann mir nur begrenzt viel passieren. Ah, da, nee, nee, das ist auch kein Leuchtfeuer, aber irgendwo wird eins kommen. Und die Folge nähert sich den 30 Minuten, gucken wir mal, hier ist die größte Gefahr jetzt, dass mich einer von hinten angreift, exakt. Nee, eigentlich, dass ich runterfalle, wenn ich so typische Ausweichbewegungen mache, also das soll ich hier tunlichst vermeiden und auch nicht die Überschrankung der Gefühle aktiv runterfallen. Ja, ansonsten kann mir eigentlich hier gerade nichts passieren. Hm, was ist denn hier? Ich soll doch hier hoffentlich nicht runterspringen. So, ich habe auch nur noch zwei Estusflakons. so Dächer. Dächer sind teilweise auch nicht so schön, weil einem da irgendwas auf den Kopf springt. Aber gerade Famous Last Birds, das ist doch so eine typische Stelle. Ja, komm, dann komm angerannt und explodieren ein bisschen. Das ist doch eigentlich eine prädestinierte Stelle für ein Halt. Okay, ah, die sind nervig. Ja, eigentlich hatte ich da dachte, ah, zwei sind noch nerviger. Ach, ja, die hauen nämlich ziemlich rein. Die sind nicht stark, aber sie hauen ziemlich zu. Und darum habe ich da, auch wenn der fast tot ist, immer so ein bisschen Respekt. Ah, ich Depp, das habe ich doch gewusst. So, vorletzter Estusflakon, denn das Spiel hat beschlossen, mir noch einen vor die Nase zu teleportieren. So, das waren jetzt zwei Schläge zu viel. Also nur dazu, dass einem nie was irgendwie in den Rücken teleportiert wird, das stimmt schlichtweg nicht. So, jetzt hole ich mir dieses Objekt. Ah, hallo. Auch das hier ist natürlich in Wahrheit ein Teleport. So, das kennen wir schon. Ah, da bin ich zu früh gesprungen, ich Depp. Und das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt gefährlich. Wenn ich den jetzt noch abbekommen hätte, da wäre ich tot gewesen. letzter Estusflakon. Ich habe auch gar nicht mehr im Blick, was ich da eigentlich eingesammelt habe. und da ich immer noch, das tut mir jetzt echt leid, weil ihr müsst euch das dann nochmal anschauen in der nächsten Folge, weil ich hier immer noch nicht, immer noch nicht ein Leuchtfeuer gefunden habe, außer ich bin blind, trete ich jetzt den Rückzug an, weil mittlerweile 13.000 Seelen, das würde ich ungern verlieren und dann vielleicht beim Wiederaufsammelversuch sterben und sie dann endgültig einbüßen. Und das ist schade, weil jetzt muss ich die ganze Sache hier nachher nochmal machen. Und also ich bin jetzt schon eine Weile unterwegs, oder? Ohne ein Leuchtfeuer gefunden zu haben. Teilweise findet man dann in einer 20-Minuten-Session gleich zwei. Ich traue mich auch nicht hier aufzumachen, sondern ich werde jetzt erstmal, ich habe das nicht übersehen oder vielleicht ist es da unten drin, das wartet mal, oder da oben. Das könnte auch noch so eine Stelle sein für ein Leuchtfeuer. Weil Leuchtfeuer sind immer an Stellen, wo man nicht sofort angegriffen wird. Also man kann da angegriffen werden, wenn man einen Gegner pullt, aber ich kenne bislang kein Leuchtfeuer, wo man quasi ohne Verschulden zu Schaden kommt. und das ist so eine typische Stelle da oben. Also es kann schon mal sein, dass man einmalig einen plätten muss. Hm. Gucken wir mal erst hier außen. Das ist jetzt auch gerne irgendwas. Und Gegenstand. Wieder eine kleine Titanscherbe. damit kann man Waffen upgraden bis zu einer gewissen Qualitätsstufe. Also plus 1, plus 2, plus 3. Nee, hier ist nix. Aber oh, ein Anti-Fluch-Großschild. Das scheint ja genau zu sein, was mir gefehlt hat. Aber hörte auch die Fuß Nee, es ist einfach die Fußtritte wollte ich sagen. Es ist einfach Schaut, wie ich so am Bildschirm fast klebe. Immer noch kein Leuchtfeuer. Hm. Das finde ich jetzt echt unbefriedigend. Hier hocken irgendwelche Typen. Ich weiß nicht, sind das anvisierbare Gegner? Werden wir gleich feststellen. Nee, das sind Steinfiguren. Ja, man geht besser auf Nummer sicher. Trotzdem auch hier weit und breit kein Leuchtfeuer. Mir wird das zu brenzlig und ich trete feige den Rückmarsch an in der Hoffnung beim nächsten Mal mit mehr Estus Flakons wieder hierher zu kommen. Also das ist echt ein bisschen nervig und dann hier hoffentlich ein Leuchtfeuer zu finden. Schauen wir hierher nochmal hin komme ich auch wirklich hierher? Ja, hier komme ich hier. dann ging es auch da noch weiter. Ist da unten irgendwas? Das sind zwei Gegenstände, aber nichts Leuchtfeueriges. Durch die laufe ich jetzt einfach durch. Da käme ich runter oder hier auch. Da muss ich aufpassen, weil hier ab und zu Gegner kommen. Aber also ganz ehrlich, ruft es mir laut zu. Hier ist doch nirgends ein Leuchtfeuer. Hier kommt jetzt irgendwann einer hochgeschlappt wahrscheinlich. Drei Gegenstände könnte ich da einsammeln. Also das schaffe ich auch. Da könnte ich noch runter gehen. Ja, das mache ich beim nächsten Mal. Nichts übertreiben. Außerdem muss ich mal für kleine mutige Chefredakteure. Und darum jetzt habe ich wieder so eine Vergiftung. Ach, komm, weg da. Ah, Mist, da muss ich mich durchbrezeln. Okay, letzter Estusflakon. Aber mit jedem Meter, den ich quasi jetzt näher an das letzte Leuchtfeuer komme, ja, ich weiß, du spuckst, weil der es schlecht ist und du keine Erziehung genossen hast, wird es un unwichtiger? Nein, umgekehrt wird es, ja doch, wird es unwichtiger, dass ich es bis zum Leuchtfeuer zurück schaffe, weil dann bleiben meine Seelen halt, oder vielleicht hier hoch, das muss ich nachher mal ausprobieren, bleiben meine Seelen halt an der Stelle liegen, wo ich dann auch wieder an sie rankomme, weil jetzt bin ich zum Beispiel hier am Ausgang und wenn ich hier nicht geblockt würde von diesen Gesellen, käme ich auch durch. Es kann sogar sein, dass ich sterbe aufgrund der Blutung, die mich in einigen Sekunden erreicht, darum springe ich hier noch schnell runter, weil dann komme ich an die Seelen auch dran, sollte ich hier das Zeitliche segnen, das kann nämlich sehr gut passieren, gleich kommt der Blutungsschaden, ich habe es nochmal überlebt, aber der Blutungsschaden geht weiter, jetzt muss ich wirklich um mein Leben rennen, wenn ich nicht sterben möchte. so und jetzt sind wir ein passendes Ende für diese schon 35 Minuten lange Folge, jetzt sind wir gleich da, wo ich die Folge begonnen habe und was habe ich erreicht, ich habe ein paar Seelen eingesammelt und ich habe kein neues Leuchtfeuer gefunden, also eher unbefriedigend, aber jetzt überlebe ich es. So und an derselben Stelle, wo wir schon mal geendet haben, ende ich jetzt wieder und bei der nächsten Folge werden alle Gegner wieder da sein, aber ich werde mehr schon wissen, was mich erwartet und darum danke für die Aufmerksamkeit und bis morgen zur Folge 3. und bis reine bis Außerdem 上面 bei die los bis bis hin bis تى bis bis bis